Gesprengtes Automatenhäuschen fast wie neu. Das gesprengte Sparkassenhäuschen in der Schlachthofstraße in Dessau Nord wird seit April repariert. Jetzt sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen und der Betrieb kann bald wieder aufgenommen werden. Anfangs war nicht klar, ob das 100 Jahre alte Haus überhaupt zu retten sei. Wie man heute sehen kann, haben die Handwerker gute Arbeit verrichtet. Am 10. Januar sprengte ein 18-Jähriger das Geldautomatenhäuschen und konnte kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017